Hallo, ich bin Carolin und ich zeige euch heute zusammen mit Gerald eine Fußübung, mit der ihr euer Fußgewölbe spüren könnt. Als erstes stellt ihr euch Hüftbrett auf, die Füße parallel und zwar so, dass die Linie zwischen der Mittelferse und dem zweiten und dritten See parallel zueinander sind, so wie Gerald das hier demonstriert. Und dann spürt einfach mal euren Großzehballen, euren Kleinzehballen und die Innen- und Außenferse. Das heißt, hier wo ist der Kontakt mit dem Boden, wie viel Kontakt habe ich mit dem Boden und auch hier am Großzehballen, wie viel Kontakt habe ich und am Kleinzehballen auch. Und wenn ihr diese Punkte einfach mal spüren wollt, dann könnt ihr gerne die Füße von links nach rechts so ein bisschen schwingen, genau. Oder auch mal von vorne nach hinten, das heißt von den Fußballen wieder auf die Ferse und wieder zurück auf die Fußballen. So wie Gerald das jetzt macht, genau. Dann spürt auch eure Fußgewölbe und zwar das Innengewölbe zwischen eurem Großzehballen und der Innenferse, das Innengewölbe und das Außengewölbe zwischen Kleinzehballen und Außenferse. Und hier auch einfach mal spüren, wie viel Kontakt habt ihr jeweils mit dem Boden und wo steht ihr eher. Eher auf dem Außengewölbe oder eher auf dem Innengewölbe. Und als drittes spürt euer Transversalgewölbe zwischen dem Großzehballen und dem Kleinzehballen. Und hier einfach mal spüren, habe ich Kontakt mit den anderen drei Zehenballen am Boden oder habe ich hier so ein bisschen eine Federung drin. Und da einfach mal so ein bisschen mit spielen, mit diesen drei Fußgewölben und euren vier Punkten. Und das ist auch schon die Übung. Vielen Dank!